Konsumieren Sie dieses Getränk, hilft Ihnen, Ihre Sehkraft natürlich zu verbessern. Die natürlichste Verbesserung Ihrer Sehkraft ermöglicht, wenn Sie dieses Getränk jeden Tag konsumieren. Dieses Getränk versorgt Ihren Körper mit vielen exzentrieren Vitaminen und Mineralien, die es Ihnen ermöglichen, das Augengewebe zu regenerieren und die Sehkraft schnell zu verbessern. Es hiebt auf, makulare Generationen und Katarakter, die häufigste Ursache für Blindheit zu verhindern. Um dieses Getränk zu zubereiten, benötigen Sie nur einige naturlische Zutaten in Ihrer Küche. Alle sind billig, leicht zu finden und Sie können dieses Getränk zubereiten, wann immer Sie wollen. Bereiten Sie zunächst die Ärzte-Zutaten vor, zwei Karotten und Zählen. Dieses Gemühe ist wirklich gut für Ihre Augen, da es Betalkarotin enthält, eine Art Vitamin A, eines der stärksten Antioxidanten. Vitamin A schützt die Oberfläche Ihrer Augen und trägt zu einer starken Sicht bei. Nach dem Zählen die Karotten in einer Stücke schneiden und in einen Mixer geben. Nach dem Zählen die Karotten in einer Stücke schneiden und in einen Mixer geben. Karotten enthalten neben Betalkarotin, Outlutein, bei Antioxidants, Lutein hilft, die Pitchman-Dickster in der Makula zu erhöhen. Je höher die Pitchman-Dickster in der Makula ist, desto besser ist Ihre Netzhaut geschützt und desto geringer ist das Risiko einer makularen Generation. Bereiten Sie als nächstes zwei mit großer roter Beter vor und entfernen Sie Ihre Zählen. Bereiten Sie als nächstes zwei mit großer roter Beter vor und entfernen Sie Ihre Zählen. Roter Beter verbessern Ihre Zählen. Augen des Vorhandels sei von Lutein und Seasamtin, zwei Vito-Nährstoffen, die für die Gesundheit der Augen wichtig sind und das Potenzial haben, die Zählen zu verbessern. Dann die roter Beter in kleine Stücke schneiden. Wie Karotten sind auch roter Beter ein großartiger Gewähler für Lutein, das die Augen von Kataraten und Makulade-Generation schützt. Am Lektest schneiden Sie einen Affe in kleine Stücke und geben Sie ihn in den Mixer. Musik Affe sind Kreis an Biophilien. Flavonoiden, die zur Verbesserung der Sehkraft beitragen. Affe sind ein guter Gewähler für Vitamin C. Dieses Vitamin ist ein starkes Antioxidant, das Ihre Augen vor sätlichen Freiradikalen schützen kann. Darüber hinaus kann Vitamin C dazu beitragen, das Risiko von Katarakten zu verringern, die zu Sehstörungen führen können. Musik An Lektest führen Sie Eistelo vor geriebenen Ingwer hinzu. Ingwer enthält Vitamin C, Ripoflavin und Niacin, die für die Gesundheit der Augen wichtig sind. Gripoflavin kann vor schädlichen Freiradikalen in Ihren Augen schützen und das Risiko von Katarakten verringern. Niacin kann die Entwicklung eines Graukorns verhindern, eine Erkrankung, bei der der Sehnerv Ihrer Augen geschädigt ist, zum Schluss ein bis zwei Tassen Wasser hinzuführen, je nach gewünschter Konsistent. Musik Mixen Sie alle Zutaten im Mixer, bis Sie eine homogene Mixung haben, Getränke in Tassen füllen und sofort versehen. Wenn Sie möchten, können Sie einige Eiswürfe hinzuführen. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, geben Sie Daumen hoch und teilen Sie ab mit Ihren Freunden. Wenn Sie weitere Rezepte und Tippen möchten, abonnieren Sie den Kanal. Schöpfchen sie auf jeden Fall, bis Sie ein